Ihr sucht eine Ausbildung in Cuxhaven? Bei FOKO könnt ihr euch zu Industriekaufleuten, Chemielaboranten, Fachlageristen und Produktionsfachkräften für Chemie ausbilden lassen. Darüber hinaus könnt ihr hier ein duales Studium im Fach Betriebswirtschaft machen. Was ihr da und in den anderen Ausbildungsberufen erlernt, zeigen wir euch jetzt. FOKO entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Dentalmaterialien an Zahnärzte und Dentallabore auf der ganzen Welt. Als angehende Chemielaborante bei FOKO gefällt mir besonders, dass uns jeden Tag etwas anderes erwartet. Das macht unsere Arbeit abwechslungsreich und spannend. Schon früh in unserer Ausbildung dürfen wir eingeständig Analysen und Untersuchungen durchführen und bekommen immer mehr Verantwortung übertragen. Im Labor von FOKO sind wir als auszubildende Chemielaboranten von Anfang an ein Mitglied im Team. Wir ziehen zum Beispiel Rohstoffe, bereiten Proben vor, führen Versuche durch oder bedienen komplexe Analysengeräte. Am meisten mag ich die Analysen, bei denen Chemie fürs Auge sichtbar wird. Außerdem sind wir an den Entwicklungsprozessen von Produkten eng beteiligt. Hier bei FOKO werden verschiedenste Rohstoffe zu hochwertigen Dentalmaterialien für Zahnärzte zusammengestellt. und verarbeitet. Als Auszubildende Produktionsfachkraft Chemie kontrolliere ich Messwerte wie Druck und Temperatur, nehme Proben und arbeite mit Rohstoffen, die zum Beispiel in Kessel und Behälter gefüllt werden müssen. Bei FOKO arbeite ich vor allem mit Produktionsmaschinen. Das heißt, ich bediene sie, bin dafür verantwortlich, dass sie richtig eingestellt sind und einwandfrei funktionieren. Damit am Ende auch das richtige Produkt entsteht, müssen verschiedene Bestandteile abgewogen und vermischt werden. Für die Ausbildung als Produktionsfachkraft Chemie solltet ihr ein gutes technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick mitbringen. Wer Fachlegerist werden möchte, sollte körperlich belastbar sein und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben. Ich kommissioniere verschiedene Aufträge zusammen und stelle sie für die Konfektionierung bereit. Das Besondere am Beruf des Fachlegeristen ist die Mischung zwischen körperlicher Arbeit und Arbeit am Computer. Dafür benötigt ihr unter anderem gute Excel-Kenntnisse. Nach der zweijährigen Ausbildung zum Fachlegeristen habe ich meine Ausbildung um ein Jahr verlängert und kann demnächst die Prüfung Fachkraft für Lagerlogistik machen. Als zukünftige Industriekaufleute lernen wir in Abteilungen wie Einkauf, Marketing, Vertrieb oder Buchhaltung alle möglichen Geschäftsprozesse kennen, arbeiten an ihnen intensiv mit und wenn wir Fragen haben, dann stehen uns Kollegen zu jeder Zeit immer beratend zur Seite. Um unsere Sprachkenntnisse zu verbessern, bietet FOKO interne Kurse an. Industriekaufleuten wird zudem die Möglichkeit geboten, an einem mehrwöchigen Auslandspraktikum in Großbritannien teilzunehmen. Wir schreiben hier nicht nur Anfragen, Angebote oder Bestellung, sondern sind in alle Arbeitsabläufe eingebunden. Beim dualen Studium sind Theorie und Praxis eng miteinander verknüpft. Ich bin abwechselnd drei Monate an der Hochschule in Bremen und drei Monate hier in Cuxhaven bei FOKO. Nach dreieinhalb Jahren habe ich dann zwei Abschlüsse. Einmal den zur Industriekauffrau und den Bachelor of Arts. Ob Fußball, Badminton, Reiten, Klettern oder Segeln, auch nach der Arbeit können wir an verschiedenen Sportangeboten von FOKO teilnehmen. Um auch abteilungsübergreifend in Kontakt zu bleiben, treffen wir uns regelmäßig und arbeiten gemeinsam an verschiedenen Projekten. Eins der Projekte war zum Beispiel dieser von uns organisierte und gestaltete Azubi-Film. Nach der Ausbildung muss die Zeit hier bei FOKO noch nicht vorbei sein, da wir Azubis hier sehr gute Übernahmechancen haben.